Meine Lieben, ein neues Video an dieser Stelle, das zweite Video am heutigen Tag. Ich habe schon ein Interview hochgeladen mit Nadine, das solltet ihr unbedingt abchecken, wenn ihr es noch nicht getan habt, aber aufgrund der aktuellen Ereignisse dachte ich, ich muss dieses Thema mit euch teilen. Es geht darum, dass Bachelor Sebastian Preuß sich bei Instagram als homosexuell geoutet hat, ich sage es ganz bewusst so, und der hat einen Shitstorm kassiert und der Shitstorm war so krass, dass dann sogar die Kommentare deaktiviert wurden und was da genau passiert ist, das erfahrt ihr jetzt bei mir. Meine lieben Leute, ich freue mich, dass ihr wieder am Start seid, ja, das Video war nicht geplant, aber ich dachte mir, dass ich das einfach thematisieren muss, weil mir super viele Leute Nachrichten geschickt haben. Also, ich freue mich über eure Daumen nach oben und natürlich auf euer Feedback, weil ich finde, das ist ein Thema, wo man geteilter Meinung drüber sein kann und ich bin mir noch nicht so sicher, wie ich das sehe, aber ich will es auf jeden Fall mit euch teilen. Und zwar, heute ist der 1. April, Überraschung, ja, und Sebastian Preuß hat schon in seiner Instagram-Story angekündigt, dass er, ja, so einer Community etwas mitteilen möchte. Leute, guten Morgen. Ich hoffe, euer Tag hat gut begonnen und ihr habt gut geschlafen. Ich habe schon länger was auf dem Herzen, was ich euch gerne mitteilen würde und ich finde, es ist schon längst Zeit dazu. Nur, allerdings schaffe ich das nicht persönlich, weil es mir wirklich sehr, sehr schwer fällt und würde euch das gerne in einem Post verfassen. Wenn ihr Fragen habt, ich werde nochmal eine QA machen und dann könnt ihr mich gerne nochmal fragen. Ich werde euch alle Fragen beantworten und, ja, in meinem nächsten Post seht ihr, worum es geht. Ich wünsche euch einen sehr schönen Tag und habt Geduld. Story ist übrigens ein gutes Stichwort. Bei mir könnt ihr auch nochmal an die Story gucken, aber nicht bei Instagram, sondern in die YouTube-Story. Ja, da werde ich auch ab und an so ein paar Updates posten. Und es dauerte nicht lang und Sebastian hat ein Foto gepostet mit einem sehr krassen Statement und das werde ich euch jetzt mal vorlesen, weil ich habe mir das natürlich vorher gescreenshottet. Hey, meine lieben Leute, ich glaube, es ist an der Zeit, mit der Wahrheit rauszurücken. Aus meinem besten und langjährigen Freund ist mein geliebter Schatz geworden. Über die Jahre bist du mir besonders wichtig geworden und die Zeit als Bachelor habe ich genutzt, um zu erkennen, ob meine Gefühle dir gegenüber der Wahrheit entsprechen. An alle Mädels, es tut mir furchtbar leid. Meine lieben Leute, bitte seid mir nicht böse, aber ich stehe jetzt in meinen Gefühlen und ich bin überaus dankbar darüber, dass ich es endlich über mein Herz gebracht habe, euch diese Nachricht mitzuteilen. Wahrscheinlich ist meine Entscheidung der letzten Nacht der Rosen endlich nachvollziehbar. Ich habe euch alle sehr lieb und ihr seid die beste Community. Danke. Jetzt behaupte ich einfach mal, dass es kein Zufall ist, dass er das am 1. April gepostet hat. Und ich glaube und ich behaupte jetzt auch einfach mal, also sollte es komplett anders sein, was ich nicht glaube, dann nehme ich das zurück. Aber ich behaupte einfach mal, es ist halt wirklich ein April-Scherz. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ob das witzig ist oder nicht. Und wenn man die Kommentare so liest, die da drunter gepostet wurden, da muss ich leider feststellen, dass die breite Masse sagt, ey Sebastian, es ist nicht okay. Und es gibt viele Leute, die das auch ganz gut begründet haben. Ich lese euch auch da mal noch ein paar Statements vor. Aaron vom Gay Bachelor, also Prince Charming, hat zum Beispiel geschrieben, Top an Geschmacklosigkeit, fasst das mit dem Schwan. Jessica Fiorini, die war Kandidatin in der Staffel von Sebastian, hat geschrieben, Wenn es stimmt, herzlichen Glückwunsch und du hast meinen gesamten Respekt und jegliche Unterstützung. Falls es ein April-Scherz ist, ist es völlig daneben und du hast meinen Respekt in 0,1 Sekunden verloren. Andreas Postet, übrigens auch ein Teilnehmer von Prince Charming, nicht witzig, echt nicht. Es geht aber noch weiter. Jemand anderes schreibt, irgendwie finde ich es nicht lustig, mit sowas einen April-Scherz zu machen. Das degradiert wieder mal die LGBTQ-Community. Und jemand anderes schreibt, ich finde, dieser April-Scherz ist nicht sehr lustig. Viele Menschen haben gekämpft, damit sie mit der Person zusammen sein können, die sie lieben. Viele trauen sich heute noch nicht, sich zu outen. Und jemand anderes, das ist auch der letzte Kommentar jetzt, schreibt, Ich hoffe, dass es kein April-Scherz ist. Es gibt Menschen, die jahrelang, teils lebenlang für ihre Sexualität kämpfen, Also bitte lass es kein April-Scherz sein. Über sowas macht man keine Witze. Und das ist wirklich krass, weil ich wirklich davon ausgehe, dass es einfach ein April-Scherz ist. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er homosexuell ist. Und wenn doch, ist es auch okay. Aber ich stelle jetzt einfach mal so diese These auf, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass er als Bachelor an dieser Show teilnimmt. Ja, er hat ja dort super negatives Feedback bekommen. Und dass er jetzt dann sagt, ach, Überraschung, ich habe gemerkt, ich stehe eigentlich auf meinem besten Freund. Jetzt könnt ihr auch verstehen, warum ich die Rose nicht verteilt habe. Also das halte ich für absolut unwahrscheinlich. Wenn es doch so sein sollte, was ich, wie gesagt, nicht glaube, kann ich mir nicht vorstellen, dass es taktisch klug ist, das jetzt zu posten. Also unterm Strich muss man sagen, er kommt aus dieser Nummer nicht mehr raus, weil viele Leute aus der LGBT-Community ihm das natürlich übel nehmen und sagen so, ey, ich finde es einfach nicht so cool, dass du, ja, damit letztendlich jetzt irgendwie, keine Ahnung, dir einen Scherz erlauben möchtest, um Reichweite zu generieren. Und die Reichweite hat er bekommen, weil irgendwie alle sprechen drüber und alle Magazin berichten, auch wenn es leider in der Regel sehr negativ ist. Und ich bin gespannt, wie das auf jeden Fall weitergeht, ob er sich irgendwann nochmal dazu äußern wird. Ja, das muss ich ja dann hier nicht nochmal groß thematisieren, weil ich denke, wir sind uns alle einig, dass es, ja, ein April-Scherz ist. Ob gut oder nicht, dürft ihr entscheiden. Aber es ist noch nicht vorbei hier. Jetzt kommt noch eine Videobotschaft, ja, von einer Dame aus seiner Staffel und was sie dazu zu sagen hat, das zeige ich euch jetzt. Laut den Gerüchten zufolge ist das Ganze ja nur ein April-Scherz. Ich finde das überhaupt gar keinen Scherz und weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll oder dazu sagen soll. Ja, weil vor allem, wir haben ja in unserem Freundeskreis auch viele Schwule oder halt auch lesbische Freunde und ich finde, darüber macht man gar keinen Scherz. Vor allem, weil so ein Outing nicht einfach eine kleine Sache ist, sondern das erfordert wirklich ganz viel Mut, Überwindung und dann sowas ins Lächerliche zu ziehen oder als Spaß darzustellen, kann ich nicht verstehen und gehört sich einfach nicht. Also ich finde das genauso. Also wenn auch welche schreiben, ja, stellt euch doch nicht so an, ist doch nur ein Witz, aber generell darüber Witze zu machen, finde ich nicht gut. Und wie du auch sagtest vorhin, über die Religion oder whatever, macht man auch keine Scherze. Aber liebe Leute, jetzt haben wir nicht nur ein Statement von Jesse als Beispiel bekommen, wir haben nicht nur viele Statements, die ich vorgelesen habe, sondern es gibt natürlich auch Leute und ich muss lachen, weil es irgendwie schon krass ist, ja, es gibt jetzt natürlich auch noch Leute, die irgendwie auf diesem Zug aufspringen wollen oder es bereits getan haben und das ist zum Beispiel Sam, der auch Kandidat bei Prince Charming war und der hat eine Story gemacht mit einer richtig krassen Behauptung, natürlich April-Scherz, also denke ich jetzt einfach, also ich weiß auch schon nicht mehr, was richtig und falsch ist, aber okay, ich gehe davon aus, dass es ein April-Scherz ist und auch das möchte ich euch nie vorenthalten. Los geht's! Hallo ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's gut. Gut, Sebastian Preuß hat sich ja heute als schwul geoutet und hätte ich niemals gedacht, dass er es macht, aber ja, ich wusste schon lange, ich habe nämlich Sebastian kurz vor den Dreharbeiten getroffen damals, ich meine, jetzt kann ich es ja sagen, wir hatten Sex gehabt, kurz vor seinen Dreharbeiten und dann hat er mir auch schon gesagt, dass natürlich sein Plan ist, dass er auch nur zu Bachelor geht, um dann später auch keine Rose zu verteilen. Warum denn genau ein Grund ist, das weiß ich nicht. Aber es war auch damals eine einmalige Sache gewesen. Das war, ja, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das Datum war, kurz vor den Dreharbeiten im September und ich habe ihn kennengelernt über Freunde in München und ja, wusste selbst gar nicht, wer er ist und keine Ahnung was. Und dann ist es halt damals dazu gekommen. Ja, liebe Leute, also es ist so, dass ich, okay, ich muss ganz ehrlich sagen, ich musste schmunzeln, weil ich das natürlich sofort als April-Scherz anerkannt habe von Sam. Auch da kann man sich natürlich drüber streiten, muss man das machen oder nicht, ist das ein guter Schachzug oder nicht, gerade weil er Sebastian relativ viel Shitstorm abbekommt. Also ich bin wirklich auch so ein bisschen mit meinem Latein am Ende, ich bin da wirklich auch vielleicht ein super schlechter Ratgeber, weil ich habe in meinem letzten Q&A schon gesagt, dass meine Sexualität für mich nie ein Problem gewesen ist und ich nie ein Problem damit hatte, mich irgendwie outen zu müssen und ich immer genug Selbstbewusstsein hatte, um dazu stehen zu können. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mich jetzt dafür entscheiden müsste, so einen Joke zu machen oder nicht, ich meine, ich kann ihn ja nicht machen, weil mir ist die Sachlage ja klar, aber ich versuche mich in die Situation rein zu versetzen, dann muss ich ganz klar sagen, dass ich es nicht gemacht hätte, eben weil ich das Gefühl hätte, dass ich, ja, einfach Leute verletzen würde, die einfach damit ein Problem haben, zu sich selbst zu stehen und sich zu outen. Deswegen finde ich, so ist irgendwie ein absolutes Norker, ich hätte es nicht gemacht, aber man kann da auch unterschiedlicher Meinung sein und ja, diese Meinung möchte ich jetzt letztendlich von euch wissen. Schreibt es mir mal in die Kommentare, ich bin mega gespannt auf euer Feedback, ich freue mich auf ganz viele Daumen nach oben und wenn ihr ein Outing hattet, ja, dann würde mich mal interessieren, mit wie vielen Jahren ihr euch geoutet habt oder ob ihr euch noch gar nicht geoutet habt, ob es euch schwer gefallen ist, ob es euch leicht gefallen ist, lasst es mich wissen und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Wir sehen uns, lasst mich überlegen, morgen wieder im Livestream hier bei YouTube, 19.30 Uhr und danach in den Werbepausen bei Instagram. Ihr wisst, Germany's Next Topmodel und ich bin am Ende mit meinem Latein im wahrsten Sinne des Wortes und sage bis bald. Ja, jetzt bin ich nochmal voll sehen. Mit meinem Recht. Musik. Untertitelung des ZDF, 2020